Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Let's Play Minecraft Nachdem wir uns in der letzten Folge um die Nahrungsmittelversorgung gekümmert haben gehen wir in dieser Folge erstmal ins Wasser Wir wollen nämlich mal Richtung Wald gehen um dort erstmal etwas Holz zu holen um dann eventuell weitere Werkzeuge und andere Sachen zu craften So Dürft ihr eigentlich egal sein wie ich es heute finden Ich schätze mal so ein halbes Deck wäre für den Anfang ausreichend Ist hier noch Birke Nein, dann nehmen wir halt an das Holz Ist ja egal Den Wolf lieber nicht schlagen Die sind dann immer so schlecht zu sprechen Auch nochmal fast 14 Jetzt noch ein bisschen Birke Nehmen wir gleich noch mit Genau So So Es wird ein Holz für das erste reichen So Keine Höhle in Sicht Gehen wir mal auf die offene Fläche Vielleicht sehen wir doch noch ein, zwei Schweine oder Kühe Das war eng Aber macht nichts Hier ist noch mehr Birke Blumen Mehr Wiese Hier ist Zuckerrohr Genau Neun Stück schon da Hier sind gleich Schafe Und noch Schweine Hier holen wir uns alles daheim erstmal Ausgesorgt mit Essen Genau Sogar Hühner Also hier kriege ich mal genug Essen So Dort ist noch ein Huhn Ich renne erstmal schön vorbei Und ich habe wieder mal vergessen Die Hunger anzustellen Damit ich weiß, ob es eine Viertelstunde ist So ich schätze das waren jetzt drei Minuten Upsala das war knapp Also wenn die Uhr zwölf zeigt Dürfte es wieder eine Viertelstunde oben sein So Hier noch ein Schaf Genau Hatten wir nicht gerade noch mehr Schweine? Ja Hier dahinter verstecken sie sich War das gerade ein One-Hit? So So Schon wieder ein Level aufgestiegen Oh die Hack ist weg Hat gar kein Fleisch gedroppt Gibt es doch gar nicht So Müssten alle sein Nein 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 Hier ist eins Genau So kurz noch was Essen Wo war jetzt die Höhle? Hier oben oder? Ja 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 das ist sie Kohle und Eisen Na ja Höhle kann man sie nennen Auch wenn wir genug Kohle haben Lieber zu viel als zu wenig Mal kurz gucken Nein kein Mob Muss ja auch nicht sein So 58 Noch 3 Zu dem Stack Reicht So Mehr wollen die mitnehmen Das Eisen nehmen wir gleich noch mit Das sind wenigstens 4 oder 5 Eisen Das sind sogar 6, 7, 8 Das sind sogar 6, 7, 8 Gut So Noch irgendwo Ärzte? Nein Aber es wird schon wieder dunkel Gehen wir erstmal wieder Richtung Berg Ey hier ist noch ne Höhle Nein auch keine Monster Ich habe keine Fackeln mehr nicht wahr? Das ist für das erste zwar Mist Das ist jetzt das wichtigste Das muss ich erstmal machen Bevor hier was kommt Bevor hier was kommt So Gut Jetzt dasselbe erstmal wie die letzte Nacht Aber heute braucht man ganz so viele Öfen Ja Abend Na doch einen dritten Kind mal aufstellen Ach so Das Fleisch Okay So Brotfedern Sonnenblumen Sonnenblumen Können uns bald irgendwann mal ne Farm bauen Genau So ihr dürft ihr ja hier nichts Spawnen Ja das war jetzt ganz Glück wieder So So Einmal noch eine zu breite Schicht bauen So Einmal noch eine zu breite Schicht bauen Und schlafen Bitte keine Monster Und Götzelein wieder nichts da So Genau Wie weit sind die? Sechs sind auch fast fertig Oh der muss noch Also Essen haben wir bald erstmal genug Ach das können wir dann immer noch machen Genau So Passt Ist erst erreicht So Die noch abbauen Hoffen das jetzt hier dahinter nichts ist Ups Ups Gut Hier waren ja keine Erze So Nahrungsprobleme haben wir gerade nicht Dort ist schon mal Wasser und Sand Tinnes Zuckerrohr Das nehmen wir auch direkt mit Okay Erstens warum hat sich das Screenshot gespeichert Oh oh Kleines Mistvieh Kleines Mistvieh So Drüben ist glaube ich auch ein Höhlen eingehalten Können wir gleich mal schauen Erstmal einmal durch Gewand So Alles Fein einsammeln Bitte kein Skelett So Genau Hab ich's da gesehen Ich hab mir noch kein Schwert So Ich hab mir noch kein Schwert Hier gibt schon mal keine Monster Das Das soll mir einer erklären dass das geht Aber egal Das Eisen Warum hat das eigentlich letzte Nacht nicht geschmolzen Egal Wir werden uns ja eh bald ein Haus bauen So Hole brauche ich gerade nie Sind wir hier rein oder dort dran Sind wir hier rein oder dort dran Hier sind wir rein Da gehen wir dort raus So So Das war dann ganz grandios wieder Egal Dort ist das Sand Ich bin also wieder mal einmal rumgelaufen Aber wir könnten ja hier schön auf dem Berg Für Nahrung ist die nächsten Tage gesorgt Das ist also auch kein Problem War ich hier schon mal? Wenn ihr Schweinefleisch liegt? Das könnte sein Na klar hier war ich ja schon Dort hoch wollen Wollen wir Will ich Erstmal Ich glaube diese Welt kommt mir bekannt vor Aber egal Eben auch Fluchtsäge machen Nein Hier gibt es nichts Das ist mal ERZE Furchtbar Hm genau Dort oben Wollte gerade sagen Fledermor ist aber nein Dort oben ist Holz So Jetzt muss ich bloß Ach da Dort irgendjemand hochkommen So Das war Kite Kiteil ist so oder dort oben ich könnte mich bedenken warum ich hier hoch will um meine Daumen drunter zu fallen jetzt haben wir hier schon mal einen Baum, das ist schon mal ganz gut und wir haben eine fast fast ebene Fläche schau Flabi, jetzt hat er die nicht, aber das macht das mit zwei Stück, könnte man abtauen, ja wir haben ja nicht mal ich hatte ja schon eine Werkbank, ich durfte hütteln egal so Stöcke und Stein reicht erst mal so 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 ich bin schon ein ganz paar aus Decks Schneebälle warum falle ich in dieses Loch nicht rein jetzt 8 14 16 5, 6 sollte reichen bis außen so hier nochmal Erde rein jetzt hier nochmal Erde rein und dann das raus ach ist ja voll schön äh äh genau hier vorne rein genau so jetzt noch ein schöner Screenshot danke fürs zuschauen bis zur nächsten Folge den Hausbau seht ihr in der nächsten Folge bis dahin viel Spaß bis zum Schluss